Zunächst einmal zum wichtigsten Punkt, dem Arbeitgeberzuschuss. Neu ab 2022, Arbeitgebende müssen auch zur bestehenden BAV ihrer Mitarbeitenden einen verpflichtenden Arbeitgeberzuschuss in Höhe von 15% zahlen, wenn sie dabei durch die Entgeltumwandlung der Mitarbeitenden selbst auch Sozialabgaben einsparen. Dies haben wir euch in unserem Video zu den Pflichten der betrieblichen Artesvorsorge auch nochmal erklärt, verlinken wir euch hier oben. Bisher war dieser Pflichtzuschuss nur auf Neuverträge ab 2019 beschränkt. Das bedeutet, dass mit dem 1. Januar 2022 die Übergangsfrist für die Anpassung bestehender Verträge endet. Arbeitgebende mussten also in den letzten Jahren mit der Lohnbuchhaltung und den Versorgungsträgern Lösungen für die Anpassung der Verträge ausarbeiten. Auch die Versorgungsordnung muss entsprechend angepasst werden. Für Unternehmen besteht oft das Problem, dass alte Verträge wegen ihres Garantiezinses keine Beitragserhöhungen mehr erlauben. In diesem Fall muss der Zuschuss unter Umständen in einen neuen Vertrag eingezahlt werden, wobei es Mindestbeiträge zu beachten gilt. Eine mögliche Alternative dazu ist die Reduzierung der Entgeltumwandlung um den Zuschuss. Zahlt man als Firma den nun vorgeschriebenen Zuschuss nicht, setzt man sich einem finanziellen Risiko aus, da Arbeitgebende in diesem Fall für die Einbußen der Angestellten haften. Die Ansprüche der Angestellten verjähren hier nicht, da die Verjährungsfrist erst mit Eintritt des Versorgungsfalls eintritt. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, welche Pflichten es in der betrieblichen Altersvorsorge gibt, dann schaut euch gerne unser Video zu diesem Thema an oder schaut in eines unserer anderen Videos zur BAV. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Video gefallen hat und abonniert unseren Kanal, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Habt ihr noch Fragen, dann schreibt sie uns gerne unten in die Kommentare. Ansonsten tschüss und bis zum nächsten Video.